Okay, wir haben neue Aufträge mitgenommen. So, was machen wir jetzt? Die Rufmesser sind auf kurze Entfernung tödlich. Das ist nice. Hat aber nicht so viel Verteidigungsschaden. Obst du trotzdem mal das aus? Oder wollen wir doch mal so ein Buch zurückgeben? Da müssen wir... Gehen wir jetzt zu dem Schnellreisepunkt, dann können wir vielleicht auch die beiden gleich noch synchronisieren. Im vorner Rang Lehrling sind wir halt noch nicht, aber wir greifen dort ja niemanden an. Wir wollen einfach nur lang laufen. Wieder eine Kernherausforderung abgeschlossen. So, ich muss mal nebenbei einen Stream laufen lassen auf dem Handy, um neue Drops für Assassin's Creed einzuheimsen. Wir müssen dahinter. Hier ist dran. Hier sind Sie jetzt zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob sich eigentlich meine Gesundheit auch automatisch regeneriert der Zeit. Oder ob das wirklich nur geht, wenn ich was esse. Oh, hier ist, glaube ich, eine Geschichte Bagdads. Das Goldene. Aber das ist noch... Ich soll hier eigentlich noch gar nicht sein. In dem Stadtteil. Deswegen ist es vielleicht nicht gut, die zu machen. Jetzt. Aber wir können... diesen... Das hier einsammeln. Das hier können wir einsammeln. Historischer Ort. Mein Herz, Sadiki, lässt mich im Stich. Lass mich dir helfen. Vielleicht gibt es einen Arzt, zu dem ich dich bringen kann. Zu spät. Doch ich habe noch so viel zu tun. Mein Lebenswerk. Ein Traktat über die himmlischen Sterne. Ich muss es zum Haus der Weisheit bringen, ehe, ehe meine Rivalen es in die Hand bekommen und meinen Ruhm stehlen. Ich könnte das Traktat für dich überbringen. Und dann... ist er noch mein lieber Sohn. Heute haben wir uns gestöhnt. So erbittert. Ohne seine Vergebung kann ich nicht... Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt. Nein, zuerst das Traktat. Hilf mir, es zu holen. Bitte. Das werde ich tun. Mein Vater war Architekt. Auch ihm hat ein Rivale den Ruhm streitig gemacht. Äh, wir wollten das eigentlich noch nicht machen. Wir müssen da hoch. Ah, mein Herz. Toll kommen jetzt nicht hoch. Gab es mal Prime Gaming damals auch was für Elden Ring? Es kann gut sein. Aber da habe ich immer nicht so drauf geachtet, weil... Habe ich ja selbst nicht gespielt. Komm mal hoch. Da. So kommen wir hier nicht hoch. Gut, so kommen wir hoch. Gänst dich mit Deluxe Edition aus. Ich kann das... Artbook und den Soundtrack nicht finden. Äh, hast du es bei Steam? Eigentlich hast du, wenn du dann... in der Bibliothek auf das Spiel gehst. Entweder hast du das rechts irgendwo mitstehen. Oder du musst, ähm, nochmal auf die Shop-Seite. Du hast ja in deiner Bibliothek, oben steht ja dann auch Shop-Seite. Dort nochmal hingehen und ein Stückchen runterscrollen. Und dort kannst du es dann vielleicht downloaden. Da hast du dann, glaube ich, so aufgelistet, was du alles erworben hast. Dort vielleicht nochmal gucken, wenn du da nicht schon geguckt hast. Äh, ansonsten... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal irgendwie eine Deluxe Edition über Steam gekauft habe, tatsächlich. Warte mal, wir sind doch hier richtig, oder? Ja. Ja. Okay, wir haben jetzt den synchronisiert. Bad, hier ist auch ein Bruderschaftshaus. Ich geh mal noch zu dem anderen Synchronisationspunkt. Mal gucken, was... Was das hier für ein Bruderschaftshaus ist. Ob wir dort schon hin können. Bestimmt nicht, weil wir ja noch nicht das Level dafür haben. Aber wir gehen mal gucken. So, hier ist... Nicht gut. Warte, 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 warte. Ich glaube, ich darf dort nicht über die Brudern gehen. Da, die Mutter ist ja leider. Wollte gern... Aber wo hier geht's? Wie lang? Wie sitzen die ja immer alle oben auf den Dächern? Finde ich ja ein bisschen gefährlich. Ja. Ist drin, okay. ist die kiste drin so so Okay, das ist aber ein bisschen komisch, wenn du die Edition ja hast. Oder mal googeln, obwohl das wirst du bestimmt ja schon gemacht haben. Weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bei Steam mal eine Deluxe Edition von irgendwas hatte. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Nein, ich glaube, eigentlich müssten wir durch die Tür... Okay, dann kommen wir hier erst hin, wenn wir in Rang aufgestiegen sind. Ich denke mal nicht dran, dass wenn ich versuche, den zu markieren, dass ich dann in das Verfolgungsmenü komme. Guck mal, so ungefähr sieht mein Pferd aus. Aber da wir jetzt hier immer nur in der Stadt unterwegs sind... Oh, ich halte das Pferd hier nicht. Ach, das ist witzig. Aber ich glaube, das machen wir auch noch nicht. Weil... Ich wiederhole mich, aber wir sind hier immer noch nicht stark genug für diesen Stadtteil. Ich wollte eigentlich nur das Buch wegschaffen. Oh, wir können ja wieder an so einen historischen Ort mitnehmen. Oh, ich freue mich! Oh, wir waren... Oh, es wird doch nicht ernst. Es geht halt nicht weiter, was ich neue Rang. Die Frau ist richtig! Oh, ich bin so schade. an mit so ihr alles sammeln denke ich zumindest dass wir das alles brauchen für 100 Prozent kann man es auch gleich mitnehmen ich befürchte ich ah nee ich komm hier raus ich kann grad sagen ich befürchte ich muss den ganzen Weg zurücklaufen ah nee ich muss dort sogar rein Moment 21 Meter ist hier noch neunzehn Meter ok hier gibt es noch mehr historische Städten Punkte die nehmen wir auch alle noch mit würde ich sagen wenn wir eh hier sind ich dachte hier ist unser Buchhändler drin ich dachte hier ist unser Buchhändler drin ok 21 Meter jetzt gehe ich wieder hier lang ja eingesammelt hier ist er hier ist er ich habe ein Buch ich habe ein Buch glaub nicht dass ich ein Bibliothekar bin ich bin Schriftsteller viele Bücher hier sind meine eigenen Werke ich sammle jedoch auch das stimmt diese Stadt verbirgt noch andere seltene und alte Bände solltest du einen solchen finden bringe ihn hierher es wird sich für dich lohnen ha sehr gut mit Sicherheit mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen solltest du mehr finden bin ich hier hast du etwas für mich bisher nicht vielleicht erleben wir nächstes Mal beide mehr als unnötige Worte und Störungen muss erst alle sechs haben um die zu bringen oder was bin ich schon sonst hierher gekommen bin ich schon sonst hierher gekommen bin ich schon sonst hierher gekommen